Ja, allihallo, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und heute gilt es mal zwei öffentlich-rechtliche Meinungsumfragen zu hinterfragen. Beim ZDF-Politbarometer erschien heute Morgen diese Umfrage. Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen sind übertrieben, sind gerade richtig oder müssten härter ausfallen. Der Bereich, die es für übertrieben halten, ist sogar um 4% gefallen, gerade richtig um 5% gestiegen, müssten härter ausfallen, ist gleich geblieben. Dabei fällt zunächst einmal auf, das hier sind keine 100% und wenn etwas um 4% fällt, das andere um 5% steigt und 0% dazu kommt, das passt auch nicht. Völlig konträr dazu ist das, was gestern bei Maischberger im Fernsehen veröffentlicht wurde. Denn laut der Umfrage ist die Zufriedenheit mit dem Corona-Krisenmanagement kontinuierlich gefallen. Und der Anteil der Nichtzufriedenen dabei auf 54% inzwischen angestiegen. Wie kann es sein, dass ähnliche Fragen so unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen? Auf der Suche nach Quellen für die ZDF-Umfrage landet man bei der Forschungsgruppe Wahlen. Und hier stehen die Hintergründe zum aktuellen Politbarometer. Leider gibt es keinen Verweis auf die Rohdaten. Falls da jemand noch irgendwo einen Link findet, einfach unten in die Kommentare hauen. Aber es gibt zumindest einige Hinweise hier. Auch hier wird direkt getitelt, nur 14% halten Corona-Maßnahmen für übertrieben. Ganz unten auf der Seite findet man die Informationen zur Umfrage. Die Interviews wurden in der Zeit vom 25. bis 27. Januar bei 1371 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Hier im rechten Bereich findet man unter Fragetexte aktuelles Politbarometer seine PDF mit den gestellten Fragen. Und das hier ist der Fragebogen. Für die Zufriedenheitsumfrage wurden zwei Fragen gestellt. Zum Coronavirus. Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet oder nicht für gefährdet? Um da nicht zu gefährdet zu sagen, müssen wir ja schon kompletter Corona-Leugner sein. Jeder der irgendwo sagt, da gibt es ein Virus, sieht natürlich auch die Gesundheit gefährdet. Wie soll man da anders drauf antworten? Ist klar, es gibt eine Gefahr, aber es wird nicht hinterfragt, wie groß oder wie klein. Ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Es ist meiner Meinung nach schon rein suggestiv hier die Gefährdung als Ergebnis. Im Vorfeld schon klar. Die zweite Frage. Was meinen Sie zu den jetzt geltenden Corona-Maßnahmen? Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem übertrieben? Müssten die Maßnahmen härter ausfallen oder sind sie so gerade richtig? Zunächst einmal alles in allem. Das ist eine absolute Relativierung, weil alles in allem, naja, so, ne? Dadurch wird das Ganze Wischiwaschi-mäßig abgefragt. Und jeder der das mit alles in allem für sich selber vergleicht, wird sagen, ja, manches war richtig, manches war falsch. Naja, so im Großen und Ganzen haben Sie das meiste richtig gemacht. Und damit trendet das hier auf jeden Fall in Richtung, naja, ist so gerade richtig. Es wird also rein suggestiv schon mit der Frage, die Antwort hervorgerufen, die man benötigt. Schaut man sich die anderen Fragen in diesem PDF an, lässt sich eindeutig ein Muster erkennen. Und für mich persönlich ist diese Umfrage nahezu wertlos. Oder zumindest nicht in der Richtung aussagefähig, was das Volk gerade denkt und wie die Stimmung ist. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr. Und wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Abo da.